Der muss man sagen, da geht es wirklich hoch her. Anders kann man das nicht formulieren. Bei uns im Studio begrüßen wir Carsten Owens, den Geschäftsführer von Elnet Deutschland. Das ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation mit dem Ziel, die deutsch-israelischen Beziehungen zu fördern. Guten Tag, Herr Owens. Moin, ich grüße Sie. So, wir haben ja jetzt also die Flugblätter-Affäre mit Hubert Aiwanger. Für Markus Söder ist sie erledigt. Er hat also seinen Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister weiter im Amt gelassen. Aber hat Ihnen das ausgereicht, diese Beantwortung der 25 Fragen? Ist das wirklich genug, um das deutsch-israelische Verhältnis ein bisschen zu beruhigen? Naja, was man feststellen kann, zunächst erstmal, ist eine wirklich unsägliche Gesamtsituation. So kurz vor der Landtagswahl poppt so ein Thema auf, was natürlich super wichtig ist, auch für die Entscheidung von vielen Menschen, die Anfang Oktober in Bayern zur Wahl gehen werden. So, Herr Söder hat jetzt versucht, das persönliche Gespräch zu suchen. Er hat gesagt, was die Erwartung auch ganz klar der Landesregierung ist. Das ist auch gut und richtig so. Er hat auch versucht, das Thema nicht politisch zu instrumentalisieren. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt das genaue Gegenteil. Viele Fragen, die unbeantwortet geblieben sind mit dem Verweis, man kann sich nicht erinnern, einerseits. Und andererseits genau das Gegenteil von dem, was man jetzt wohl erwarten könnte an dieser Stelle, nämlich Demut und Reue. Von dem, um den es geht, nämlich von Herrn Aiwanger, sondern dagegen schmissige Bierzeltreden, in denen er deutlich macht, dass es aus seiner Sicht alles eine Kampagne ist. Und beide haben es sich angesprochen, muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Weder Söder noch Aiwanger haben bisher irgendein Wort dazu verloren. Ist das ein Fehler? Ich denke, Markus Söder hat dazu alles gesagt. Er hat erzählt, was die Erwartung aus Sicht von ihm persönlich, von Seiten der Landesregierung ist. Und das sehen wir auch jetzt in der Berichterstattung. Das sehen wir auch anhand vieler Äußerungen, die sich im Kontext der Gesamtcausa zu Wort gemeldet haben, berechtigterweise. Wie Charlotte Knobloch beispielsweise, die ja ein großes Wort an dieser Stelle hat, die eben auch gesagt hat, die Entschuldigung von Herrn Aiwanger kann sie so nicht annehmen. Andere haben gesagt, wie Felix Klein als Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, dass das Mindeste jetzt hier ein klares Zeichen wäre. Ein Besuch einer KZ-Gedenkstätte beispielsweise. Und ich finde, es muss weit mehr passieren von Seiten Herrn Aiwangers jetzt an dieser Stelle, was deutlich macht, dass egal, was passiert ist vor 35 Jahren, er aber heute unmissverständlich deutlich macht, dass für Antisemitismus, für menschenverachtenden Hass gegenüber jüdischen Menschen in diesem Fall in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in der deutschen Politik, keinerlei Platz sein darf. Was konkret erwarten Sie denn von Herrn Aiwanger? Sie haben gesagt, das, was er jetzt macht, ist nicht genug. Welche konkreten Maßnahmen hätten sich erhofft? Oder sagen Sie, er kann gar nichts machen, er müsste von selbst zurücktreten? Nun, Politik misst sich immer an Taten. Und jetzt sind wir kurz vor einer Landtagswahl, deswegen ist es natürlich schwierig, jetzt noch große politische Taten zu verbringen. Aber erstens ein klares Bekenntnis gegenüber jüdischem Leben, gegen jede Art von Antisemitismus, auch für die in dem Fall bayerisch-israelischen Beziehung, wäre wohl das Mindeste, was man von Herrn Aiwanger erwarten könnte. Der Freistaat unterhält seit vielen Jahren sehr gute und enge Beziehungen auf verschiedenen Ebenen mit Israel. Jüdisches Leben hat in Bayern einen festen Platz und wächst. Und das ist auch gut und richtig so. Und deswegen ist das Mindeste jetzt an dieser Stelle klare, positive Worte von Herrn Aiwanger. Und ansonsten ist natürlich auch die Landesregierung nach der Landtagswahl gefordert, eben zu schauen, was man jetzt für Maßnahmen gegen jede Art von Antisemitismus treffen kann, die über Worte hinausgehen. Jetzt steht der Vorwurf im Raum, besonders von SPD und Grünen, dass Söder aus wahlkampftaktischen Gründen gehandelt hat. Sehen Sie das auch so, dass im Prinzip jetzt dieser Wahlkampf wichtiger ist, als sich tatsächlich mit dem Thema Antisemitismus weiter auseinanderzusetzen? Naja, ich glaube, er hat genau das Gegenteil getan. Er hat, anders als die Person, um die es geht, eben gesagt, wir wollen dieses Thema jetzt nicht durch Populismus nach vorne bringen. Wir wollen jetzt eben nicht auf dem Rücken anderer Menschen Wahlkampf machen, sondern wir wollen Fragen beantwortet haben. Deswegen gab es diesen 25-Fragen-Katalog, der in Teilen beantwortet wurde. Er hat von Herrn Aiwanger klar Demut und Reue erwartet oder geäußert, dass es das Ziel sein muss und dass es gezeigt werden muss. Und wir sehen es jetzt gerade in diesen Tagen, dass das eben nicht der Fall ist. Noch ein Wort zum Statement von Markus Söder, das er gestern gegeben hat. Er hat sich auch noch mal geäußert zu Stimmen der Kritik, die gesagt haben, eine Koalition von Freien Wählern und CSU, die darf es nicht mehr geben. Er hat einer Koalition von CSU und Grünen nach der Wahl ganz klar eine Absage erteilt. Hat das ausgeschlossen? Wahlkampftaktisch klug in Ihren Augen? Nun, das eine ist, was vor der Wahl gesagt wird. Das andere ist, was aber die Wählerinnen und Wähler entscheiden. So, das sehen wir Anfang Oktober, wie tatsächlich eben die bayerische Bevölkerung dann eine Aussage treffen wird, eine Tendenz. Daran werden am Ende dann ja auch Koalitionen, oder darauf aufbauend werden Koalitionen am Ende geschmiedet. Ich denke, was Markus Söder hier zu Recht getan hat, ist eben zu sagen, dass er dieses Thema nicht ausnutzen möchte, sondern dass es ihm um das Land geht. Und daran wird man ihn sicherlich auch im Wahltag messen. Und das ist auch gut so. Herr Owens, eine Frage muss ich aber noch stellen. Welche Rolle spielt das jetzt in der politischen Auseinandersetzung auch mit der AfD? Also wird der AfD jetzt ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen? Oder aber kann die AfD Auftrieb bekommen? Sie ist nach den Umfragen ja zweitstärkste Kraft auch in Bayern. Ja, das ist tatsächlich das, was einem schon Sorgen machen kann, dass wir durch eben die einerseits vor vielen Jahren, in welchem Kontext auch immer, passierten Geschehnisse rund um Herrn Aiwanger und andererseits aber sein persönlicher Umgang damit jetzt tatsächlich einmal mehr ein bisschen verschieben, was gesagt werden darf, statt, und das hätte ich jetzt an dieser Stelle von ihm erwartet, ganz klar zu sagen, egal was damals war, egal wie weit er sich jetzt noch ins Detail erinnern kann oder nicht, aber eine ganz klare Kante zu ziehen und ganz klar zu sagen, für Antisemitismus gibt es in unserer Gesellschaft keinen Platz. Jüdisches Leben gehört für uns ganz selbstverständlich dazu. Und das müssen wir erwarten. Und das nicht zu tun, ist tatsächlich brandgefährlich. Gersten Owens, wir danken Ihnen für das Gespräch und die Einordnungen aus Ihrer Sicht zu der Flugaffäre um Hubert Aiwanger. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.